Was für ein sonniger Tag und willkommen zu einer weiteren Folge Puppke die Folge Nummer 2 Spielen, ja, also normal, Torte, ja, alles normal nix anderes Sonniger Tag oder so, oder begilmt Reiz begilmt und, ja ich komme von Mitte von nach oben nach Deutsch wohl? Ne, nach Klima ist klammig letztens gegangen, das war nicht schlecht Gehen wir da am besten auch noch mal hit Sieht kompliziert aus, ich hoffe wir schaffen das auch Ich war im Fallschirm ausgelöst Zur Sicherheit Das ist ein UAZ Wenn wir weg müssen, dann haben wir ein UAZ zum Weg brauchen Und an zu looten, das könnte dann ein bisschen langweilig werden Aber man muss es halt nochmal tun und hoffen auf ein bisschen Glück Und will ich, nehm ich erstmal mit Nehm ich erstmal mit Sicherheit Sicherheit Habe ich Erste Ich habe nicht mal einen Kussack Packen Ich will wieder schneiden Ja, beim Lippen-Mede habe ich ja etwas geschnitten auf jeden Fall Habe ich mal überlegen Ja, etwas also Ich habe ein bisschen Zeit damit verbracht alles zu schneiden Aber das langweilige ist halt immer langweilig Ich weiß prima aus, dass es so eine Stadt wo eigentlich wo immer sehr guter Loot sein soll Aber es gibt ja irgendwie Städte da gibt es besseren Loot und Städte da gibt es wenig besseren Loot Da gibt es im Internet so eine Karte bei Kupke wo halt so eingezeichnet ist mit was ist für Loot so in den Städten also wie gut der Loot sein kann oder wie häufig guter Loot ist worden sagen wir es mal so Einfach mit Sicherheit mitnehmen wenn man mal was finden sollte Ich würde eigentlich lieber versuchen weiter mit der M16A4 zu spielen weil ich ein bisschen mehr spielen will weil ich die mal noch mehr testen will und halt trainieren und usw und da würde ich eigentlich keine SKS oder Mini-Fazien oder VSS oder so nicht mitnehmen Aber solch halt solch ein halbautomatischer gut ja wenn man davon spricht Hey macht ihr eh so null Schaden gefühlt brauchen wir irgendwie zwei Magazine und nicht zwei aber Magazin hat mir geholt äh noch eine solche Sachen mitnehmen Alter das schaffe ich ich habe heute ich habe heute Mittag schon eine Runde gespielt also Platz 4 mit 6 Kills und ich habe da keinen einzigen äh Crouchstern geschafft ich habe es irgendwie nicht hinbekommen die ganze Zeit bei mir war es dann immer so dass als ich gesprungen bin habe ich mich direkt wieder so auf den Boden gebracht also ich konnte gar nicht springen erst das war wahrscheinlich weil ich C also meine Crouch-Taste ist C weil ich die vielleicht zu früh gedrückt habe und deswegen dass ich direkt hingelegt habe und dann wieder gesprungen also dass man sich vom hinlegen wieder hinstellt das ist ja das geht über so genau wenn man einmal springt also ich drücke C und springe dann stehe ich wieder normal das kann ich wieder nehmen und genau so habe ich es hier seht ihr das ist wenn ich C früher drücke als Lärter aber man muss das irgendwie versuchen synchron zu das wäre jetzt gerade ein bisschen doof man muss das irgendwie versuchen so synchron wie es geht hinzubekommen weil nur wenn man synchron springt also wenn man es synchron macht man kann in der Luft nicht die Crouch-Taste tätigen also nicht benutzen man kann es drücken aber das passiert nichts deswegen muss man das tun während man springt man muss halt gleichzeitig beides ähm ausziehen dass man dann halt im so halt springt und dabei croucht und dann ein Crouch-Tam gut das gibt es aber nicht ach jetzt äußer voll wo wollen wir hin wir müssen nach da oben auf den Berg auf den Berg wäre sehr schön aber da sind bestimmt welche oder ich werde drücken geholt aber das mögen wir doch alle deswegen gehen wir da hin wir haben zwei hier kann man eigentlich von gar nicht so vielen Sachen gewandt werden ne na AWM auf jeden Fall und Level 24 bin ich mir unsicher Level 1 Helm auf jeden Fall Level 2 Helm ich glaub auch eigentlich oder ich weiß dass die AWM Level 3 Helm glaub ich nicht bei uns was ey nicht anschließen dieser Mensch ein ein könnte sogar ey nicht achso der ist da hinten was hört sich das überhaupt an naja ey Mini-Lag warum legt der sich eigentlich hin direkt oder jetzt kannst du von mir weil wir ich glaub so Gas verlinken wir eh nicht ich weiß halt nicht wie man mit der schießt ich weiß halt nicht wie man mit der schießt ich weiß es doch wie wir einen Klick von hinten geholt ich weiß es doch wie wir einen Klick von hinten geholt wie geht das vor? naja das war ein Versuch ein guter also gar kein guter aber ein Versuch wie sieht's denn aus da lohnt sich eigentlich gar nicht mehr in die Dingsland zu gehen das kann ich nachher gehen irgendwo im Wald Wald mag ich da ist schön schön bäumig hier zu laufen ja da ist doch kein Motorrad ich dachte es mir geht naja Fehler okay Zaun kaputt das Auto ist ein Parkweiler TC oh meinst du ja oh die ein bisschen Wald ein bisschen ein bisschen rumbleiben ach ein bisschen wer ist das quasi will mich eigentlich mit dem jetzt nicht mehr spät gehen hey so jetzt hat er noch von hinten geholt du 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 bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht Und drop bis zur nächsten Zone, dann gucken wir mal, wenn wir nämlich ein bisschen Action haben. Langweilig die ganze Zeit. Das ist ziemlich auffällig, dass ich den jetzt... Kann ich nicht? Ne, ist hier. Okay, ne, freut es weiter, ist gut. Unsere Gefluchtmöglichkeit ist weg, aber... Ganz langsam. Manchmal werde ich gerne wissen, wie nah ein anderer Gegner an mir grad dran ist. Von rechts! Äh, kacke, was mache ich denn? Möchte ich jetzt eigentlich keinen... Oh, der hat ja auch gar nicht schon getroffen. Den ersten Hilfeprägen nicht benutzen. Ne, jetzt genau. Haben wir gesehen. Schalten wir an, das hört sich nach einer SKS an. Wenn ich nicht pushen kann. Ich kann jetzt mit dem Erzender auch weiterfahren. Bin mir grad ein bisschen doof, meine Lage ich noch. Weiß nicht, wo er ist. Was ist das denn? Könnte ich jetzt weiter nach hinten werden. Das wird mal ein bisschen verknüpfen. Ich hoffe, dass er dann verwirrt ist. Krasse Verwirkung. Alter! Jetzt hör doch mal auf, ey! Kannst doch nicht machen. Können wir noch weiter nach hinten gehen. Da ist ein Stein auch. Mensch, der ist echt nervig, aber auch. Komm, ich bin auf dem Hügel zu. Ich seh dich einfach nicht. So ein Trolley, ey. Ach so, heiliges. Schieß mich jemand von der Seite an. Hab ich jemanden zum Kuh- Nein, ich kann grad nicht. Ich bin schon Kämpfer, aber ich würde gerne erstmal wissen, wo der ist. Eben hat jemand mit mir, auf mich, mit mir, auf mich ohne Schalldämpfer geschossen. Aber der ist halt mit mir schalldämpfer. Warum sollte er eben ohne Schalldämpfer auf mich geschossen haben? Wann, das sind zwei? Ich hab auch niemanden, ey. So ein Plinkflisch. So ein Plinkschleicher. Komm, verfolgen wir den. Gehen wir weg von denen hier und suchen uns ein neues. Alter, mein Pan ist ein Pan. Ah nein, ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n. Aua. Ich hab ihn, glaub ich, grad gesehen. Ja, da seh'n. Ja, da seh'n. Ja, da seh'n. Ja, da seh'n. Ja, komm, komm zu mir. Noch näher, noch näher. Noch näher, noch näher. Los. Los, du schaffst das. Ach, geht doch nicht nach rechts, also wie krass, da seh'n dich nicht. Ja, da seh'n. Ja, da seh'n. Ja, da seh'n mich doch nicht. Jetzt legt das sich auch noch hin. So, weicher. Jetzt aber denkt, dass ich ihn nicht sehe, ey. Jetzt brauche ich den Dank schon. Wollen wir reingehen? Wir gehen rein. Ach, du heilige Scheiße hier. Weh, ey. Nein. Mann, ich hab doch grad... Ich seh'n. Ich bin ein Stein da. Löses Tier, du. Brauche ich irgendwas? Nein, nein. Neun Helm. Dankeschön. Nein, nein. Äh, noch mehr davon. Ja, ja. Ein bisschen davon. Ja, ja. Heilung. Scheiße. Jetzt hör doch auf. Hä? Von hinten? Ganz da an mein Ohr. Ach, du heilige Scheiße. Die Zone. Sehen wir auf der anderen Seite des Berges und rennen rüber. Ich hab' ich jetzt gar nicht geachtet auf die Zone. Der Spray von der... Das war ja... Das war ja... Das war ja echt ein bisschen demütigend. Da links im Stein. Da ist auch noch Haus mit dem Buggy. Da wird wahrscheinlich jemand sein. Ich stehe aber auch echt auf. Meine Heilung ist echt... Boah, Alter. Ich stehe hier so kacke, ey. Gerade. Da hinten. Nicht auf mich schießen. Niemand will auf mich schießen. Ich weiß es. Ihr wollt alle mich nicht sehen. Bitte. Ich bin ein echter. Ich bin ein echter. Ist das auf mich? Ne. Ich vielleicht auch gar nicht. Uh. Nächste Zone. Ah du. Ach du. Ich kann ja echt nicht schießen. Ey. Kann echt nicht. Es geht grad noch nicht. Ich stehe ja auch so offen, ey. Und die nächste Zone ist... Lukaku. Wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Oh ja, der schießt auf mich. Warum schießt er auf mich? Ach du heilige... Nein, geh doch mal hinter Stein gegen. Kacke, was soll ich denn tun? Schein nicht auf die AK. Nein, geil. Der muss auch... Der hatte doch ein Buggy. Ich hatte mich nicht gesehen. Egal. Ich war einfach los. Tschüss. Oh, hallo Gegner. Was, was, siehst du? Hast du keinen Ton an? Hast du mich nicht gesehen? Komisch was, ne? Wehe, hier ist jemand. Dann würde ich mich echt befeiern. Danke. Alle hinter mir müssen eigentlich gleich so viele kommen, ey. Warum ist denn die Zone immer auf der anderen Seite, ey? Das geht diese Runde auch wieder gar nicht, ey. Ich hätte gleich sowas von gewonnen, hätte das irgendwo. Das ist aber auch niemand. Geht doch gar nicht. Geht mit dem Buggy weiter vor? Das wäre sowas von... Das leben aber auch. Zwei am mindesten. Oh, das ist ein Typ. Ich dachte, das wäre ein Schatten vom Baum. Was soll man nicht besseres tun, als mit dem Buggy ein bisschen in der... Am Ende, das mag ich eigentlich gar nicht, aber... Das war echt knapp, du. Das war echt knapp, du. Mein Freundchen. Da hinten ist mindestens einer. Der hat mich auch gesehen. Danke für die Info. Du bist so laut jetzt gewesen, ey. Du musst jetzt... ...gebaumt werden. Ich muss nach vorne. Zunächst in die Zone. Der ist bestimmt in der Zone drin. Das ist mit dem Spieler Nummer 3. Ich glaube, ich würde mich selbst nicht gewinnen lassen. Aber ich will. Ich muss nach vorne. Das ist so... Kann ich nicht nach vorne. Ne, kann ich nicht. Wo bist du jetzt genau? Kannst du mir was sagen? Ah, okay. Ich verstehe. Oh, es sind doch 3er am Leben. Oh, der hat auch eine Nett geschmissen. Also, der ist das nur drauf. Oh, ich habe es gesehen, glaube ich. Und wird mich sowas von sehen, ey. Er sieht mich. Oh, der ist ja so schön, wenn ich bin, auf einer Aufnahme zu haben. Warte, bin ich überhaupt in der Zone? Bitte sag einfach, ich bin in der Zone. Nein. Ich bin in der Zone. Hörer. Ja, komm. Nein. Schau, ich bin hier. Ich bin hier zu lange im Inventort, da muss ich sterben. Nee, muss ich nicht, haupt, danke. Der muss hier irgendwo sein. Ah, ihr wollt nicht wissen, wie mein Herz gerade pumpt. Aber auch als Platz 2 ist es eine schöne Runde gewesen, ey. Ah, halt, 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 halt. Look at me, I'm a pickle. Ich hab bestimmt einen Gilly-Anzug und irgendwo in der Ecke. Vielleicht ist er irgendwo vielleicht vor meinem Face oder so, und da schreck ich mich. Der Helm ist aber auch so destroyed. Ist ein Bohnenbaum? Kannst du mir diese Frage wieder antworten, Baum? Kann er bitte einmal auf mich schießen? Wird gerne wissen, wo du bist. Oder? Ich bin einfach. Wo kämpfst du? Sag es mir. Bestimmt dahinterm Baum eigentlich. Oder hat ein Gilly-Anzug, ist gerade im Busch hier links neben mir. Bei dem Busch. Ach, du heilige Kacke. Hier ist so wenig Grase. Ist die letzte Zone gewesen? Sag mal. Warum kann man sich nicht bewegen, wenn jemand... Der muss aber auch bestimmt die ganze Zeit crouchen, ey. Gibt's kein Brom in der Zone. Oh, ich seh ihn. Gewonnen! Oh! Gewonnen! Auf der Aufnahme. Mein Spray ist das schlechteste aus der Welt, aber ich hab gewonnen. Nur vier geholt. Ich schäme mich ein bisschen dafür. Aber es waren, glaube ich, die letzten zwei oder drei. Ich hab die allerletzten drei, die überlebt haben, bis zu den Top-Vieren, hab ich alle geholt. Und dafür bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wann ihr es auch euch immer anseht. Und freue mich. Fisch, 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 fisch.